willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of games mit mir dem torsten und bevor ich eigentlich in das eigentliche thema einsteige habe ich noch so ein zwei fragen an euch denn wir haben die tage im discord ein bisschen diskutiert mir jetzt mal wieder ein bisschen was aufgefallen was ich mal wieder ein bisschen komisch fand und das ganze befindet sich nämlich hier im shop wenn man nämlich mal drauf klickt dann werdet ihr sehen das habt ihr detaille schon gesehen dass es hier auch den dragon deal gibt also gibt es noch zwei tage ich habe immer noch nicht gekauft aber das paket für 10 euro 99 hat mich ein bisschen gewundert ich habe die tage in anderen youtuber gesehen der hat das ganze zeug auch gezeigt und der hätte in dollar zahlen müssen und zwar nur 9 dollar 99 das sind nach heutigen wechselkurs 8 euro 99 warum haben wir hier so verschiedene preise in den verschiedenen ländern also ich will jetzt nicht sagen hier ist es teuer aber wenn ich jetzt zum vpn client einlogge mein land auf irgendein dollar land stelle und mich da einlogge dann müsste ich ja eigentlich auch dollar preise kriegen oder haben dann kann ich einen dollar bezahlen und dann spare ich immer hier pro paket 1 2 euro das macht dann schon wenn man ein bisschen mehr kauft ist sicherlich ein bisschen was aus also das hat mich ein bisschen gewundert muss ich sagen bei dem paket hat mich aber noch eine andere sache dann gewundert denn ich habe hier immer ich habe bei mir meine fünf stellen weil ich fünf pakete bekomme hier mit drill to build need for speed das finde ich sehr sehr gut cooler name dafür clash owien pack und dann halt die drachenstatue und das townhall 12 pack was hoffentlich endlich irgendwann mal verschwindet weil ich bekomme ich werde es mir nicht kaufen aber egal das ist glaube ich das personalisierte das könnte ich auch aufstellen dann wird dann wird mir das auch nicht mehr angeboten glaube ich aber dennoch zu den drachen paket hier gab es noch eine andere frage also wie gesagt warum ist das in den anderen währungen günstiger jetzt im umtauschkurs zum euro als bei uns ich finde 10 euro 99 nämlich gar nicht mal so habe ich und also ich finde es jetzt relativ teuer ich denke immer noch so ein bisschen in markt und dafür ein 20 hinzulegen schon ganz schön viel aber egal wir springen mal in das rusher dorf rein und da gehen die fragen nämlich weiter während ich hier so umgesucht habe habe ich schon mal beziehungsweise geswitcht habe habe ich einfach ein bisschen gesucht und habe mir hier den gegner herausgesucht hier also das ist so ein bisschen so mein ihr seht so ein bisschen mein kleiner es ist mal kleiner account aber ich habe ja ich habe ich wollte gerade sagen ich habe ja gelobt etwas nettes zu tun also den so ein bisschen zu pippen bzw das sinnvollste aus meiner sicht zu machen wenn man schon mal rasch das ist ein bisschen laut glaube ich für euch so ein bisschen leiser machen wie man da eigentlich dann vorgehen kann dass dass ich den account irgendwie wieder gerade ziehe denn irgendwann wird sich das rächen spätestens dann wenn du in andere clans rein möchtest und dir dann andere oder dein neuer clan sagt also mit dem account nicht da da fehlt sie ja an allen ecken und enden und dementsprechend ist das sicherlich nicht ganz so einfach ich muss jetzt mal eben gucken ich habe da jetzt schon luftabwehr glaube ich eine habe ich ja schon geschafft naja mal sehen dann holen wir uns die die letzte luftabwehr glaube ich dann mal da so ich schicke hier mal den dicken mit rein unsere magia was habe ich in der clan burg noch mehr magia das ist gut das ist gut mauerbrecher hier mit durch und zack die gehen auch fast nicht durch ja tolle wurst super toto super gemacht toto das war schon mal heldenhaft jetzt muss da die luftabwehr am schönsten oder am besten mal weg gehen das geht sie auch und dann muss es hier jetzt mal ein bisschen rein gehen in die base ich habe übrigens ein clanspiel können wir die kleinen accounts mal gerne in die kommentare schreiben das schaffe ich glaube ich nicht mit dem rathaus 7 hier schaffe ich irgendwie nicht ich werde euch gleich erzählen welches das ist irgendwo irgendwo packe ich das nicht und ich packe auch hier den achter hier nicht so wirklich ich kann ich kann den king ja nicht zünden auf stufe 2 der muss in jedem fall noch ein bisschen wachsen und das dunkle bekomme ich jetzt auch nicht das dunkle bräuchte natürlich zum king level aber es gibt ein kleines spiel ich glaube mache mit einem in einem ck ganz ganz viel dunkles nämlich 2000 2000 die schaffe ich nicht ich habe ich finde ich finde keinen gegner der 2000 hat oh wir haben ja noch eine luftabwehr okay aber mein king ist noch gut zu gegangen da jetzt werden jetzt werden die magier geheilt beste hier magier heilen also das sind jetzt auch meine außer kleinburg das ist natürlich cool denn ich glaube so ein kanönchen schafft das nicht den hier runter zu schießen schafft sich außen geht auch noch eine also magier vor hier naja ich werde euch gleich das dorf zeigen dann habt dann etwa so einen blick wie weit ich jetzt schon gekommen bin also ein bisschen habe ich natürlich vorgearbeitet und es ist auch ein unheimliches geduldsspiel ich habe vier bauarbeiter ein habe ich mir noch nachträglich mit den gesammelten gems geholt und habe für aus meiner sicht aus meiner sicht das notwendigste gebaut hier was im russia account angeht denn jeder jeder ist ja anders der eine sagt ja mach erst das hoch der andere sagt nee das unwichtig hau der erst das hoch also für mich irgendwo muss alles hoch ich bin ja eigentlich nicht so der war gar nicht mal so schlecht der war gar nicht mal so schlecht und den bauen wir noch mal nach ist also ein bisschen eventruppe aber ihr seht das hier es gibt hier ein ich habe wieder was geschafft das ist gut es gibt ja ein spiel das packe ich nicht hier dieses hier 2000 gibt immerhin 100 punkte aber das kriege ich irgendwie nicht zusammen und auch hier klar spielpunkte jenseits von gut und böse aber wie sieht mein dorf eigentlich aus im moment abgefarmt machen wir das hier eben mal leer was habe ich eigentlich gemacht ich habe tatsächlich hier im dorf als erstes die minuensammler jetzt hochgebracht ihr seht dass meine defensive ist immer noch ziemlich low und ich habe alle vier oder alle fünf kasernen auf den maximalen höchststand gebracht liegt einfach daran dass ich es überhaupt nicht mag wenn ich eine truppe habe wie die beste kampftruppe hier beim rathaus 7 der drache hier dass der zwölf minuten braucht das geht gar nicht und je mehr kasernen du ja auf ich nenne es mal so drachen status hast desto weniger trainingzeit hast du und mit einer kaserne braucht er zwölf minuten hier und das mal zehn drachen also 120 minuten ist man dann erst mal kannst du eine runde schwimmen gehen oder was auch immer dann ist deine armee irgendwann mal fertig das das will ich immer vermeiden bei meinen accounts so ziemlich bei allen accounts aber wie gesagt minuensammler gehen eigentlich schon auf level rathaus level 5 auf 10 hoch das habe ich natürlich auch komplett versäumt aber ich habe jetzt alle fertig habe alle bauarbeiter am start und ich glaube ich habe auch ein wenig ich habe mal ich konnte den farmangriff machen eben im letzten klarkrieg und das dorf kann ich jetzt eigentlich so ein bisschen weiter ausbauen bzw kann diesen rusher hier retten einige sachen habe ich schon gemacht die air defense war mir ganz ganz wichtig denn drachen angriffe sind im rathaus 7 bereich immer noch an erster stelle und ich glaube die tesla habe ich hier genommen weil die eine lange laufzeit haben naja lange laufzeit sagen wir dahingestellt ein tag jetzt auf 4 für ein rathaus 9 dafür ein rathaus 8 schuldig bitte ich bin ja 7 und dementsprechend ist das ganze hier so ein bisschen also ein bisschen eingefroren das was ich ihr seht aber ich bin schon so relativ jeden tag in diesem dorf um hier diese ganzen dinger hier abzusammeln ich sammle auch die halloween teile ab denn ich habe davon genug und irgendwann stören die in der base nur wenn eine andere basler lädt also wenn die base größer wird und dann stört das ganze irgendwo dann muss das wieder mit einer schippe weg machen oder so und als rathaus 7 hat man ja noch nicht so viele sachen ich meine ich bin jetzt eigentlich schon ganz gut hier zugange versuche halt immer die events zu spielen und weiß jetzt aber gar nicht was ich baue und was ich forscher forschen wollte ich aber ihr seht dass ich musste auch hier ja nachholen ohne ende ich habe ja nichts geforscht aber ich habe geforscht den drachen auf zwei auch das war mir wichtig ich habe eine starke ck truppe am start und habe jetzt sogar genug elixier um mit denen hier vier tage ich bin er nicht der blitzer ihr seht dass ich habe den blitz zauber noch nicht gelevelt ich bin ich bin ich so der blitzer ich bin eher jemand der mit mit wut arbeitet und so können wir den jetzt schon mal machen dann können wir viel leicht was kosten eigentlich der könig hier auf einen neuen level auf 1500 den hätten wir gerade so ne rathaus 7 level 5 ging geht ja eigentlich recht zügig zwölf stunden können wir machen klammbruch habe ich ausgebaut da lasse ich mir mal was rein spenden für die nächste ok jetzt habe ich jetzt habe ich gleich keinen king das aber auch nicht so tragisch jetzt habe ich noch ein wenig gold und drei bobs ich würde sagen wir nehmen erstmal die wizard tower oder wir nehmen erstmal die wizard tower dass die ein bisschen böse aussehen acht stunden brauchen die auch nur also ich sage das immer so böse aussehen gerade der rat aus 8 max finde ich sieht verdammt böse aus mit der farbe ein bauarbeiter haben wir noch mauern mache ich im moment eher wenig aber ich habe schon ein paar gemacht seht ihr auch also auch da habe ich so im ganz ganz kleinen stil etwas getan meine kanonen sind hier noch kein nöhnchen muss man ganz klar so sagen aber immerhin level 4 das geht ja so aber irgendwo habe ich hier noch so ein klapper gestellt stehen an die sind ja auch schon ein bisschen weiter hier er ist auf 3 3 3 ja ok da ist er ich glaube wir nehmen ihn hier wir nehmen ihn hier und acht stunden also geht das ganze ein bisschen voran ich kann forschen ich habe alle bauarbeiter beschäftigt und ich habe natürlich auch alle zeit der welt in diesem dorf also dieses dorf hier soll ja irgendwann level 8 werden also rathaus level 8 und da möchte ich dann schon wieder alles für fertig haben denn ich habe so ein bisschen festgestellt für mich ich bin jetzt nicht so der der rusher und ich warte mal eben dass ich ein bisschen cb kriege und dann spielen wir mit dem noch aber halt vorher machen wir noch was anderes wir gehen nämlich auch hier mal in shop rein und ihr seht das ich habe hier nur zwei pakete eigentlich und das town hall 7 paket ebenfalls auf dem anderen account drei pakete nämlich das eine paket nicht nicht for speed sondern es wir hatten dann noch ein drittes paket ich komme jetzt nicht drauf welches war aber ihr seht das hier ich habe auch das drachen paket nicht warum nicht warum habe ich das drachen paket nicht ich meine im drachen paket war ein bisschen gold elex und dunkles drin plus die statue glaube ich alle das waren heldenbuch dunkles und glaube ich die statue oder sowas und warum habe ich das hier nicht ich meine jetzt haben darüber diskutiert im discord was ist hier passiert warum kann ich als rathaus 7 dieses paket nicht kaufen ich kann ja genug dunkles aufnehmen 75.000 dann ist man ist man halt über buch das ist man ja hier mit diesen dingen auch hier da steht ja no storage limits also man kann dann über buchen auch wenn hier gar nicht so viel reingehen hier gehen nur vier millionen rein das hier kann ich machen komisch ne und auch das 55.000 ich meine im gegensatz zu 75.000 warum nicht vielleicht weiten vielleicht weiß das jemand ich meine als rathaus 6 5 4 kann ich mir schon vorstellen dass es dir dort nicht angeboten wird weil du dort kein dunkles lager hast das heißt du kannst es gar nicht nehmen das wird dann komplett verfallen aber im moment muss ich sagen habe ich noch keine antwort vielleicht finde ich sie vielleicht finde ich die doch noch na ja auf jeden fall weiß ich jetzt welches paket hier unten im shop noch fehlt es ist das clasho wien paket ich habe nämlich eben mal nachgeschaut also will supercell nicht dass sie auch die etwas kleineren dörfer bis in halloween feiern und dass sie hier vielleicht auch im shop was kaufen jetzt hat natürlich jemand gesagt ja toto supercell möchte gerne dass du auf rathaus 8 gehst damit du auch diese pakete bekommst denn ab rathaus 8 bekommt man diese pakete auch zu sehen aber ich habe dann gesagt ja aber jetzt stellt euch mal vor ich bin ein spieler der hat nur die rathaus 7 woher soll er das denn wissen wenn er nicht jemand mal gefragt hat sag mal hast du andere pakete als ich oder so dass das weiß er dann ja gar nicht also mich wundert schon vielleicht habt ihr da eine antwort drauf ich habe im moment keine ich habe auch geguckt personal offer oder so ist alles aus es gab auch kein update oder sonst was keine ahnung ich habe keine ahnung warum das so ist okay wie gesagt als 6er konnte ich mir vorstellen aber auch dieses clasho wien paket da ist jetzt nicht schlimm ist drin da sind glaube ich zwei mille gold und elex drin da ist ein unibuch drin da ist ja nichts was jetzt ein 7er nicht unbedingt lagern könnte ich mal so sagen naja sei es drum vielleicht habt ihr da ja eine antwort drauf ich habe im moment keine antwort darauf denn ich habe jetzt auch ich habe auch ein bisschen gesucht ich habe ich habe dazu nichts gefunden nichts dazu gefunden oder der hat gut gold und gold und elex seht ihr hier die sind pickepacke voll allerdings möchte ich ganz gerne meine schweinereiter auch mal irgendwann leveln und mit 45 dunklen komme ich dann nicht so weit komme ich da nicht so weit 440 hier außen stehen die hätte man natürlich jetzt mal eben weg schnacken können allerdings ziehe ich immer so ein paar gerushte achte eigentlich vor die haben wir schon ein bisschen mehr in dem dunklen lager drin denn es ist ja jetzt nicht jeder so wie meine wenigkeit der die accounts hier eigentlich stück für stück wirklich hart durchzieht so ein kümmer ganz gut mitnehmen so ein kümmer ganz gut mitnehmen wir checken mal eben ob er was in der klanburg hat womit kann man das eigentlich checken ja mit so einem ok das weiß ein kobe das waren kobold da machen wir hier erstmal die luftabwehr weg und die böse den bösen magierturm ich vergesse manchmal auch die begriffe hier bei clash of clans so den bösen magierturm dann haben wir hier hinten noch eine luftabwehr wenn wir die auch weg machen dann haben wir lange hier unsere truppen in heilung dass wir natürlich nicht schlecht ich habe jetzt aber schon nicht mehr ganz so viele von denen hier beim ein einzigen habe ich noch den schicke ich da geht die luftabwehr schon mal weg ok dann machen wir hier noch mal den den flächenschaden ein bisschen weg und dann können wir jetzt hier ein berechen richtung des minwerfers so 12 müssten dafür reichen oder sehe ich das wieder nicht ok reicht ich habe das wieder in der klanburg alles klar so dann geht das hier weiter und zwar mit meinen magiern hier das sieht schon mal ganz gut aus wo müssen wir den hier ein bisschen durchheilen ich glaube hier können wir noch mal ein bisschen mehr heilung vertragen denn der ist ja ganz schön oder unten ist jetzt nur der schitter ist jetzt die müssten eigentlich da unten ist jetzt nichts was den king weg weg macht an der stelle arm ist miss 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 der haut jetzt die ganze zeit auf meine riesen rum ich hoffe die kommen trotzdem noch dadurch jetzt kommt da der o der bombtum macht viel schaden sprungfalle hier noch wir haben was geschafft und erfolg jetzt hurra also auch der kleine russia hier schafft so ein bisschen was und der king schafft aber alle meine truppen super dankeschön naja habe aber gepackt auch das dunkle haben wir hier mitgenommen ist sicherlich immer ein bisschen mehr als dass ein 7 da drin hat und ich muss das spiel hier noch gewinnen und habe jetzt schon wieder einen heiler hier in heilung ein heiler in heilung ein magier in heilung der geht jetzt allerdings jetzt geht er auch drauf hier in den beiden wirklich starken teslas tesla nicht nicht glas tesla und wir haben einen erfolg hier der frei hat einen erfolg geschafft 20.000 dunkles gestohlen wunderbar 5 jams für mich ja nicht schlecht ich wollte ja mir noch mal nach ich muss die geister immer noch trainieren denkt bitte daran dass in ein tag 20 stunden der passiv vorbei ist und denkt bitte dran heute abend live auf meinem kanal auch auf youtube wir spielen ein bisschen gmail open die begegnung der best clasher gegen eri tacos heißen die glaube ich ich glaube so spricht man sie und seid in jedem fall dabei wir streamen die ersten stunden dieses events beziehungsweise dieses matches und ich werde dann sicherlich irgendwie ein recap davon machen aber hier wollte ich eigentlich heute nur zwei fragen loswerden und die folge ist trotzdem ziemlich lange geworden ist aber hoffentlich nicht so schlimm wenn euch die folge gefallen hat dass man am ende einen daumen nach oben da abonniere nicht vergessen und die glocke stellen dann verpasst ihr nämlich kein video mehr von mir und auch kein live-steam vor allen dingen also heute abend titsch und youtube ein bisschen clash of clans und natürlich immer ein bisschen schnack schnack bis dahin euer toto flasht